Was geht ab? Schön, dass ihr da seid. So, also, wir sind, manche wissen es schon, auf dem Weg. Es ist Samstag, ganz gut. Ja, heute ist Samstag. Samstag, oh, die Ampel ist rot. Heute ist Samstag. Der, ich weiß, keine Ahnung, was heute für ein Samstag ist. Auf jeden Fall ist heute Samstag, ja. Und wir haben April, so viel weiß ich. Auf jeden Fall, wir sind unterwegs, ja, mit Mauro, sieht man, schwer zu erkennen. Wir sind auf jeden Fall unterwegs, ja, so. Und mein Auto, ja, mein Winterauto, meine kleine Winterbitch, die ist so ein bisschen kaputt. Ein bisschen geklappert, muss ich sagen. Hört man vielleicht auch schon. Hört man das? Manchmal macht sie so, äh, äh, ne, geht's nicht gut. Und manchmal, ah, ich sterbe, ah, so ungefähr, ja. Also so ungefähr macht sie, sie wechselt sich gerne mal ab, gerade ist sie so wie, ach, ich brauche auch ein Pflaster, weißt du, die kleine Winterbitch. Aber manchmal ist sie richtig nicht am Upstruggle. Ich schneide es auf jeden Fall mal rein. Wir erwischen sie bestimmt dabei, einmal, mindestens, gleich mitbestellen. So, und. Der ein oder andere weiß ja, dass ich einfach so ein bisschen ein kleiner Auto nahe bin, ja. Auch wenn ich jetzt auf meinem Kanal bis jetzt nicht viel über Autos gemacht habe. Das Einzige, was mit Autos war, war eigentlich mein Intro, so richtig. Ja, und dieses COD-Video, ja, COD ist tot für mich Video. Da waren so ein bisschen Autos im Spiel, aber ich habe mich noch nicht so richtig ausleben können. Ich bin ja eigentlich ein Autofreak, ja. Ich besitze ja zwei Autos. Ich habe einmal meine Winterbitch, die ihr gleich nochmal genauer sehen werdet. Auch von unten, da schauen wir mal unterm Rock, der kleinen Bitch. Really, nigga? Ähm. Und ich habe noch ein anderes, ein Sommerauto, ja. Und das ist noch ein bisschen geheim, weil es noch nicht ganz fertig ist. Und das soll eine kleine Überraschung werden, so ein bisschen, ja, müsst ihr mir lassen. So, auf jeden Fall die kleine Winterbitch, ja, die hat eine Krankheit, so. Das Fahrwerk, was ich mir eingebaut habe, ist wirklich nicht erwähnenswert. Also, ich könnte mich fast selber dafür Nacken klatschen, aber, ähm, davor hatte ich ein Fahrwerk drin, das war von FK. Ist auch nicht viel besser. Jetzt habe ich ein TR Technics drin, ja. Jetzt wird der ein oder andere denken, der sich da auskennt mit den Fahrwerken, oh mein Gott. Ja, TR Technics ist zwar jetzt nicht schlecht, muss man sagen, aber das ist so. halt die negativ-nuklear, so. So ungefähr, ja. Ähm. Ne, also das Fahrwerk kostet wirklich nicht viel. Ich glaube, ich habe 170 Euro bezahlt für ein Komplettfahrwerk mit Gewinde, vorne und hinten. Und das kostet bei KW allein schon die Feder, sozusagen, ja, für hinten. Also, könnt ihr euch mal kurz ein bisschen so durch den Kopf gehen lassen. Ein KW-Gewindefahrwerk, äh, kostet ungefähr so 1000 Euro im Durchschnitt. Es gibt auch für 2000, hast du dann alles drin, was du brauchst. Äh, und ich habe einfach mal hier ein komplettes Fahrwerk für 170 geschossen, so. Ähm, deswegen geht auch mal was kaputt. Gar kein Problem, ich habe jetzt neue Stoßdämpfer gekauft. Haltet euch fest für 48 Euro. 48 Euro für zwei Stück hinten. Ist schon ein bisschen, ja moin, ist schon ein bisschen heftig, ne? Schon ein bisschen billig. Aber, ich will mal kurz gucken, ob ich überholen kann. Nein, da kommt ein LKW. So. Ähm. Gut, jetzt kommen wir auch mal, auch mal zum Punkt. Also, die Winterbitch. Ich will überholen. Ja, ich kann überholen, Digga. Ja, Digga, ja, Digga. Oh, jetzt kommt einer von hinten. Wie ich es hasse. Jetzt überholt? Ja, Digga. Easy überholt. Ähm. Also, jetzt fängt die Bitch bestimmt auch gleich an zu klappern, weil wir schneller fahren können. Äh, das Ganze ist jetzt so. Ja. Wir kommen jetzt auf den Punkt. Meine Winterbitch ist kaputt. So. Aber ziemlich kaputt. Eigentlich nicht wirklich. Es ist nur ein Materialfehler. Nennen wir es Materialfehler. Warum genau, werde ich euch gleich noch zeigen, warum es ein Materialfehler ist. Alles abgenutzte Gummi hier. Ähm. Wir werden auf jeden Fall den Stoß dann verwechseln. Ich habe beide dabei. Und wir werden gleichzeitig noch meine Sommerreifen draufklatschen. Wo ich eigentlich auch ein bisschen mehr Profil erwartet hatte. Ich hatte es irgendwie noch anders im Hinterkopf. Und der Philipp ist auch dabei. Ja. Mal gucken, wo der Philipp gerade fährt. Na, wo fährt er denn? Gucken wir mal nach, oder? Wollen wir zu ihm gucken? Komm, wir gucken mal zu ihm. Ich kann zaubern. Das geht. Passt auf. Wir gucken, wo er fährt. Ab damit. Schöne, wo er fährt, der Schlaffinger. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist jetzt da hinfahren. Und ich... Ach ja, wir wissen ja noch gar nicht, wo wir und wie wir das machen. Also normalerweise Wagenheber, ne? Aber Wagenheber, Fahrwerkwechsel ist mir zu risky. Mag ich nicht. Weil wenn das Auto runterkommt und runterfällt, dann ist halt alles am Arsch. Also kannst du nichts mehr machen. Und deswegen habe ich bei uns in der Nähe eine Hebebühne organisiert, ja? Die kostet nicht viel. 13 Euro die Stunde. Also für jede angefangene Stunde 13 Euro. Und ist eigentlich voll okay. Werkzeug gibt es auch dazu. Tagespauschale 7 Euro für einen großen Werkzeugkoffer. Auch voll okay, ja. Aber ich denke mal, mit knappe 32 Euro sind wir auf jeden Fall gut dabei. Und dann ist das Ding repariert. Und ich glaube, billiger geht es nicht. Und man hat auch noch selber auch Spaß dabei. Weil ich bin ja so ein Schrauber. Ich mag ja sowas total, ja. Gut. Was wir jetzt machen. Ich fahre jetzt auf jeden Fall dahin. Wir labern schon viel zu lange. Boah, wie sie struggelt, Alter. Also ihr merkt schon, es ist kein angenehmes Fahren mehr. Es wuckelt auch ein bisschen. Ein bisschen. Wir sehen uns einfach dort, ja. Genießt noch den ruhigen Moment und das Intro. Und dann sehen wir uns dort in der Werkstatt. Oder rein. Aber nicht zu fest. Tut weh. So, meine Freunde. Es muss immer irgendwas dazwischen kommen, ja. Ich hab gedacht, wir sind, wir treffen uns eigentlich erst wieder in der Werkstatt. So, jetzt muss ich euch aber wieder was nahelegen. Und zwar, wenn man es eilig hat, ne, dann funktioniert nie was. Nie. Es funktioniert einfach nie was, ne. Auch aus einem guten Grund. Ich fahre jetzt hier gerade durch die Gegend, so. Und, äh, ich will es gar nicht aussprechen, aber gebt euch das mal. Stau. Stau, ja. Ich weiß nicht, was da vorne passiert ist. Unfall. Vielleicht, äh, 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 vielleicht ein Traktor, ein Bulldog, wie man uns sagt. Ja, ein Bulldog. Äh, keine Ahnung. Aber jetzt fahren sie auf einmal wieder schnell. Oder schneller. Deutsche Straßen, ja. So. Ich würde sagen, ähm, ich hoffe, dass sich das jetzt gleich auflöst, weil ich bin schon etwas später dran, ja. Laut Navi komme ich eine Minute zu spät, weil einfach schon wieder 300 LKWs unterwegs waren und, äh, ich nicht überholen konnte, weil dahinter fünf lahme Schnecken waren und mein Auto ohne so viel, ich so hatte, auch mit 150, 150, schön wär's, 105 PS kann man da nicht wirklich angeben, ähm, ja, wir sehen uns in der Werkstatt, ich fahre jetzt hier Schlawiner. Aber, der Sound ist gut, ne? Ich weiß nicht, ob du rüberkommst, aber ich bin den gut. War so eine kleine Fehlzündung dabei. Und das klappert es da, dass so wie sein muss. So, neun Minuten sagt mein Navi noch, es ist 11.29, sollte man hinbekommen. Oh, jetzt hat sich ein kleiner Matisse bei mir reingeschränkt. Matisse ist auch mega hässlich, ne? Also, ultra schmal das Auto, da passen zwei nebeneinander auf eine Strecke, kürzer als ein Smart und, äh, hässlich. Warum kauft man sich sowas freiwillig? Aber der traut sich ganz schön was, der fährt 90. Wollen wir mal sehen? Soll ich mir nochmal zeigen, ja, komm. Dann hab ich Zeit gedauert. Schon klein, ne? Also, ja, ja gut. Ähm, wir sehen uns in der Werkstatt. Ja, wir sehen uns, ich, ne. Ne, erst Stau, dann so ein Matisse vor mir, jetzt reicht's mir. Wir sehen uns in der Werkstatt. Bis gleich. Wir sind jetzt in so einer Mietwerkstatt, ja? Deswegen. Mit den Aufnahmen können wir nicht so machen, wie wir wollen. Wir müssen auch ein bisschen auf die anderen Leute achten. Aber ich denke, wir zeigen euch die Grundsachen, die wir hier machen, ja? Und, so, dass der gleich hin war. Das war der, der geklappert hat. Metall auf Metall. Ist nicht gut. Ähm, sowas jetzt machen wir jetzt. Wir bauen den Stoßdämpfer aus. Schau mal da rein. Sieht gut aus, ne? Und sehr schön. So, das wechseln wir und den Stoßdämpfer wechseln wir. Und dann sollte das ganze Ding wieder funktionieren. So, und ich würde sagen, ab damit. So, Stoßdämpfer ist jetzt locker. Guck mal von da. Kann ein bisschen spielen. Ist locker, ne? Ja, ist locker. Dann müssen wir mal festhalten. Boah, ich sag halt, dass er runterkommt. Boah, geil. Okay, dann sehen wir jetzt hier, das liebe Domlager, ja? Das ist das Domlager. Das ist, doch, das ist durch. Guck mal, der Gummi ist raus. Also komplett am Arsch, das Domlager. Im Gegenzug können wir uns mal ein neues angucken. So rum ist er drin. Halt so rum. War schon richtig. So, altes Domlager, neues Domlager. Gummifest, Gummi, loka. Ist schon dezenter Unterschied. Von der Seite sieht man halt nix. Aber ist schon verstärkt, das gleich gekauft, ey. Ja, natürlich. Das verstärkt muss schon sein. Und kostet ja auch nicht viel mehr. Deswegen gehe ich dir für Gönner. Das war das Domlager. So, der Gummi war mal auf jeden Fall gefüllt, ja? Das war mal gefüllt, muss man dazu sagen. Und dann hat es durch die Vibrationen hier abgerieben. Alter, dein Ernst. Da sind halt auch Kompressen, die wäre auch was verworst. Männer kriegen das auch so hin. Wir sind es nicht umsonsten, oder? Alter. Alter. Also, da hat er abgerissen, da hat er abgerissen. Dann Oberfläche abgerissen und unten. Hier hast du zwei Mütterchen. Ich weiß, du hast schon eine, aber du kriegst nochmal zwei. So hoch als du. So, du machst jetzt. Ja. Ich will ein bisschen drehen. Ja, genau. Erst die dicke. Was konnte ich denn da? Ja. Okay. Passt schon mal. Machen wir schon mal fest. Gut. Geht da lustig im Spiel, oder was? Wem zu hält er wahrscheinlich nicht. Ich glaube, jetzt habe ich ihn, ja. Schlawine. Dreckiger Schlawine. Ach, Blil. So. Hm, ich pass. Dämpfer reinweisen, Alter. So. So, das Dämpfer ist fest, Licht klappert, das ist schon was Schöne. Die Kontamutter trifft? Die liegt dann los. Also, ich fühl mich gerade wieder, ich könnte die Nase nachmachen. Ich geh da voll mein Leben. Hast du das, Kieze, Pat? Ist schon ein bisschen vorbei. Hast du das verwendet? Weil jetzt hier alles zur Stecker machen. Das sieht aber auch schon ein bisschen influenziert aus. Ja, der hat auch geklappert. Aber nicht so schlimm wie der andere. Aber klappert er das da oben eigentlich so? Weil der da oben sich löst, siehst du? Da oben ist die Kante, wo der Schweißpunkt mal war. Und da hat er sich gelöst und dann macht er sich verdünnerisierungsauftragmäßig weg. So, mein Auto ist nicht aufgeholt, das stimmt, ja? Okay. Also, es wird alles jetzt gemacht. Ja. Bin jetzt wirklich dabei. Klar. Nee, wirklich. Aber ohne Scheiß. Habe ich mir jetzt echt vorgenommen so. Okay. Aber dann stoßen wir einfach draußen. So, stoßen wir einfach nochmal zwei. Auch nicht gesund. Auch schon immer. Gut. Ähm. Hier sehen wir jetzt die Feder, ja? Hier sehen wir die Feder an. Die Feder. Die spannt halt, oder die hält die Spannung. Und hier unten, seht ihr, das ist eine ganz normale Schraube einfach mit Gewinde, ja? Und damit stellt man die Höhe ein. So simpel ist das bei dem Auto. Fällig und gut. Gut und günstig. Okay. Das reicht wieder. Ähm. Wir machen den Schluss jetzt wieder rein. Das ist ein alter Dummlager. Oh Gott. Das geht schon gar nicht mehr runter. Aber man sieht schon hier den Gummi, ne? Schau mal. Alles abgemutzt der Gummi sind. Total üblich. Ja, dein Gummi hat's komplett. Hier. Alter. Das ganze kann ich nicht mehr erzählen. Es tut mir leid, sobald du bist. Du bist schwanger. Das ist... Der Gummi ist wieder so. Der... Schützbücher. Auf hier. Der ging wie vor da. So, Reifen mal eins. Ja? So meine Freunde, ja? Jetzt sehen wir mal hier das vordere Gewinde. Das ist die komplette Federstange, ja? Hier haben wir die zwei Gewinde. Also, äh, die Mutter besser gesagt. Die erste Mutter ist um diese, äh, Vorspannung der Feder sozusagen herzustellen, ja? Diese untere Feder. Hier ist die getrennt. Sehen wir ja ganz gut. Das Silberne. Da. Das ist die Trennung sozusagen. Hier die untere Feder ist für die Vorspannung der Feder. Damit kannst du die Höhe, aber auch Härte ein bisschen ein... Also die Härte nicht viel bei dem jetzt, aber ein bisschen macht das aus. Aber das ist hauptsächlich für die Höhe, ja? Für die Höhe des Fahrwerks. Und die zweite Mutter ist einfach nur zum Kontern, dass die erste nicht aufgeht. Ganz simpel. Ist ja jetzt kein High-End-Fahrwerk. Sieht man auch. Aber ich meine, den Zweck erfüllt's. Und... Ich muss ehrlich sagen, das war mein erstes Fahrwerk, aber das ist ja ein gutes Fahrwerk dabei. Ich war nur ganz stolz drauf, dass das so funktioniert hat. Und das war ein Act. Das weiß ich noch. Ich glaube, ich habe um 11 Uhr morgens angefangen. Oder um 10, zwischen 10 und 11. Ich weiß noch, wann ich kann nicht machen. 2 Uhr nachts. Fliegen? Fliegen! 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 Das war's. Echt jetzt? 2,50 Cent. 2,50 Cent? Ja, regnet gegenwinkeln, komm her raus, Alter. Fotos nur wieder von dieser Seite. Die sind sauber. Die sind fertig. Ja, sauber nimmst du das? Nee, das ist für 50 Cent. Machen wir einen kleinen Soundcheck. Schauen wir einen kleinen. Okay, Leute, ich würde... Ich würde sagen, wir haben viel gesehen, oder? Kein krasser V-Lock. Das ist ein kurzes, normales Video. Wir können die Leute nicht immer mit 40 Minuten Videos beglücken. Wir müssen auch mal kennenlernen, was es heißt, nur 7 Minuten zu gucken. Ganz einfach. Leute, lasst in den Kommentaren da, was ihr besser findet. Meine längeren Videos oder die unter 10 Minuten Videos würden mich interessieren. Deswegen ab in die Kommentare damit und... Haben wir noch was bei dir zu tun? Ich, ne? Deswegen... Ich geh jetzt. Nicht ihr, sondern ich geh jetzt. Machen wir uns mal umgedreht, ja? Also... Dann sieht's sich. Ich verpiss mich jetzt, kein Bock mehr auf uns. Bis jetzt einen los. Wisson! Mach's! Mach Nach. Mach! Mach... Mach's! Mach Koche camino!